Wir haben Einsatzziele Charlie neutralisiert. Wir sind dann durchgezogen und wir haben die Zündung genommen. Ja. Wir kommen Einsatzziele Charlie, jetzt unter unserer Kontrolle! Aus. Das ist ja ne gute Runde, das ist ja lustig. Ich hab gerade eh noch aus und aus und aus und aus und... ... und der Gegner hier. Ich habe einen Schraub, einen Schraub, einen Schraub. Die Stadte gehen irgendwie immer durch. Die Stadler sind in der Luft. Das ist die Stadler. Die Stadler sind in der Luft. Mega gut. Ich hab mich. Ja, kann der Platz rein kommen. Das ist der nächste richtig, ich hab parkiert. Oh, ein Tail kommt da gleich an. Oh, ein Flips. Hat ein Flips hier rausgekippt. Alter. Die rennt sich abgesnackt. Das ist ein Flips hier rausgekippt. Das ist ein Flips hier rausgekippt. Das ist ein Flips.